Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Life is Strange 2 in Episode 4, Faith. Der Plan steht, um Daniel aus den Händen von Lisbeth und ihrer Gemeinde zu bekommen. Nur hoffen wir natürlich jetzt, dass der Plan auch aufgeht. Karin? Ich bin in der Platz, ich kann den ganzen Kampen sehen. Ich weiß, ob ihr braucht etwas. Ich habe die Kampen gebeten. Ich verstehe, danke. Wir müssen jetzt aufhören. Wenn irgendwas passiert... ...dass ich das zu sprechen, okay? Ja, natürlich. Wir machen das mit. Okay. Die Haus der Lizbeth ist gerade hinter der Kirche. Also, in und raus. Okay. Und du sicher, dass Lizbeth die Bilder auf deine Frau hat? Watch out, Sean. Sie sind gerade draußen. Oh, shit. How many? Just three. A man with his kid on one side. And a woman alone on the other. Got it. Thanks. The people aren't supposed to come and go around the church once the service is over. Better to avoid them if we can. She knows how to gamble, alright? Was steht da? Haben wir eigentlich irgendwelche Tagebucheinträge eigentlich? nicht. Du hast versucht mir was anzuhängen. Schon wieder kannst du hier nicht verübeln. Na gut. Das sind alles Ereignisse, die wir schon kannten. Weil im Tagebuch standen ja auch manchmal Ereignisse drin, wo wir ja gar nicht gesehen haben. Und deshalb... Du bist aus hier. Du hast dann wieder gelasset? Nein. In einen anderen ... Community ... ... in den in derajohen. When Lizbeth wird hier begren, wenn ich hier in die Haft zu haben, Ich habe sie mit ihr und mit mir zusammengebracht. Hm. Es ist schon schwer für dich. Ja. 8 Jahre alt nicht zu gehen. Hier fühlt sich so anders, wenn es leer ist. Carrier, alles gut? Ja, nicht mehr über mich. Ich habe den besten Hidring-Spot gefunden. Die Views sind großartig. Cool. Be careful, though. You never know. Thanks, Sean. I will. Okay. There it is. It looks like everything. Let's hope so. Luckily for us, we never close our door. A closed door is a closed heart, she says. I can't believe Daniel really lives in this depressing house. We did it. Now we have a little bit more time. Yes, we do. Nice work. So where are the files? Right there, in her office. Of course it's locked. Her open door speech is just another lie. We gotta find a way in. Fuck. Think there's a key somewhere? Maybe she's too cautious not to have a spare set around. Whoa. Damn. This is so artless. Are you okay, Jake? Yeah. Yeah, no. It's just so... full of memories and stuff. Confide and convince? 15 steps to a good speech. Yeah. Nice read for a saleswoman. Hmm. Hmm. Lizbeth sure likes to be on pictures. Evening in here must be so much fun. Whoa. This place is worse than army can. Coaxing lesson one. Get Daniel his favorite cereal. And I thought Claire and Stephen were old fashioned. Must be a way to break it. Must be a way to break it. Hmm. Might be enough to open that door. Daniel's haircut makes much more sense now. This is a lot of pills. Especially for someone who doesn't believe in science. Did she teach Daniel how to play this? Is this Daniel's room? Yeah. Uh... Man. It's depressing. Well... Elizabeth doesn't believe in material possessions. So... Doesn't mean you need to decorate your house like a prison. Sean. Is everything alright in there? Yes. We're trying to get into her office. Yes. She's locked it up. So... It has to be there. Fine. I'll let you know if I see anything unusual. Got it. Is she forcing him to do this? Why is he accepting all that? Yeah. Welche ich liebe hab, die weiß ich zurecht. Und züchtige ich. So sei nun, eifrig und tue Buße. Offenbarung? Ja. Shit. People are really all over his power. So much for secrecy. Ja. Liebster Danny, ich weiß, dass du dies vielleicht nie liest, aber ich muss dir schreiben. Nachdem ich letzte Woche deinen heiligen Geist miterleben durfte... Ich bin eine Sünderin. Ich bin seit Jahren nicht in die Kirche gegangen, doch ich hörte von meinem Nachbarn eine Geschichte über Elizabeth Fisch. Fisch. Und deine Wunder. Ich konnte fühlen, wie der Herr mir zuflüsterte. So fuhr ich den ganzen Weg von Truckee nach Haven Point. Als ich dein Engelsgesicht sah, wusste ich, dass mein Glaube zurück war. Du hast uns gezeigt, dass Gott lebt und durch Daniel wirkt. Und durch dich wirkt dann. Du hast das Kreuz erhoben, genau wie er Jesus erhob. Ich habe meinen Glauben wiedergefunden und bin stärker denn je. Du wurdest gesandt, um zu beweisen, dass Gottes Liebe echt ist. Ich spare Geld, um dich erneut zu sehen und bete, dass ich für immer dienen kann. Eine Dienerin, Lori Conway. PS, falls du reden möchtest, hier ist meine Nummer. Damn. Der Bibel von Daniel. So viel für ein Hotdog, Mann. No matter what happened, ich denke, Finn war ein wirklich Freund zu Daniel. Das ist ein ganzes Veränderung von Power-Bearern, Freund. Ich bin nicht übernimmt. Ich bin nicht was interessiert. Michael Bloom hier. Sie können vieler Lektion sein. Selbst stolze Diakone sollten durch die Weisheit des Herren demüht erfahren. Wir hoffen, dass sie uns vergeben können und wir würden uns geehrt fühlen, wenn sie uns einen Besuch abstatten würden, wenn immer es ihnen passt. Gott nähe sie, Michael. Ist das der Schlosser? Ich habe einen Schlosser gefunden. Gut, probieren wir es. Äh, was? Was habe ich gemacht? Das wollte ich nicht. Hä? Oh, das war doch richtig. Wow. Ist das ihr persönliche Archive oder was? Ja. Sie hat alles in hier. Stop, was meine Freundin muss sein? Okay, ich habe etwas. Ich habe etwas. Das muss sein, was du achst. Verdammt. Sie hat eine Pneumonie? Und für was ich bekommen, Elisabeth weiß ganz gut, dass sie eine Medikation braucht. Das ist kriminell. Sie ist verrückt. Sie hat eine Pneumonie. Sie hat eine Pneumonie. Sie hat eine Pneumonie. Sie können einen Blick auf die Pneumonie. Und sehen, wie sie wirklich schützt ihre Flokkelle. Mann, was ist das alles? Sie war, wie, ein Pneum? Sie war, wie, eine Pneumonie? Sie haben eine Pneumonie? Sie haben sie... Sie wollen sie aus dem... Sie sind... ... ziemlich. Ich habe immer mehr Interesse in Männern als Mädchen gezeigt. Oh. Sie thought I was a freak. A sinner. Hast du... Ach, das ist doch doof. Die sind doch dabei. Sie wollten sie das machen. Das habe ich jetzt gerade auch. Ach. Ich weiß einfach nicht anders, Shawn. Ich glaube sie. Ich glaube sie. Das ist doch, Jake. Nach ein paar Jahre, ich war in einem wirklich schlechtes Ort. Ich versuche mich zu schüttern. Ich versuche mich zu schüttern. Elisabeth war sehr schütziert. Wir hatten eine lange Karte. Sie hat mich gesagt, ich sollte weg. Ich gehe nach der Welt und herausfinden. Ich versuche mich zu schüttern. Ich verstehe mich nicht, Shawn. Aber Elisabeth glaubt in all diese Dinge. Ich habe keine Ahnung über Ihre Leben hier. Ich... Ich bin sorry, Jake. Ich bin sorry, ich bringe Daniel hier. Ich bin so so geimpft, als ich gesehen, was er kann. Ich bin so wenigstens. Ich glaube, wie ein wirkliches Miracle. Ich dachte, ich... Ich habe mich wieder gefunden. Inhalte, ich... Ich habe ihn einfach einfach. Sie wissen, was er passiert. Sie wissen das, was passiert, Jake. Ihre Macht haben mich ausgerichtet. Manche Angst. Wir kommen ihm aus. Ich hoffe es. Und... ich werde meine Frau in ein Krankenhaus. Ich hoffe, dass sie sie helfen können. Ich hoffe, dass sie sie helfen können. Keep Armani. Für deine Freundin. Sie braucht es. Oh, ich kann das nicht tun, Shawn. Das ist viel... Wir sind okay. Es wird die Medikationen schützen. Wow. Danke, Shawn. Nein. 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 Oh, uh, it might be too dangerous. We'll figure it out. But be extra careful, please. Sean, we gotta hide. Now. Hurry up. Hier? Okay. Come on, Sean, we need to hide. Ja, ich versteck mich doch schon. Oh man, if he finds us here, we're screwed. Dann versteck dich doch mal. Ah, okay. Hmm, weird. Better tell Lisbeth about this. Okay. Vielen Dank. Nein, 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 nein. Woher hat er das jetzt gewusst? Woher hat er jetzt gewusst, dass wir da drinnen sind? Woher hat er gesagt? Woher hat er gesagt? Ja. Keine Angst. Komm mit mir, Daniel. Wir gehen. Was? Nein! Ich bin nicht weg. Sie ist voll von verdammt, Mann. Und sie benutzt du. Daniel hat seine Wahl gemacht, Sean. Aber ich wünsche dir, dass wir uns wiederholen. Put deine Hoffnung in mir. Und du bist Familie. Never! So, das ist deine letzte Entscheidung. May der Herr hat mercy auf deine verloren soul. Es ist Zeit für dich zu leave unseren Sanctuary. Jetzt. Jetzt. Not without my brother. Didn't you hear the Reverend? Nicholas. Sean is just confused. We forgive the sinners. I'm not going anywhere. This is my home. She's my family now. Daniel. Listen. She's not your family. Sean? Who is she? Our mother. She came here. For you. Oh, praise the Lord. Another miracle at our church. Wonderful. It's all right, Daniel. Go see her. I mean, she's right there. Don't be afraid. I... You don't know her. Of course. I know. This is hard for you, my son. Stop calling him that. You're just manipulating him, you sicko. That's in the eye of the beholder. But since you are his mother, let me ask you. How could you let your child wander alone in the wilderness? Where were you when Daniel was lost? Where... Listen, Daniel. I came here as soon as I found out you were here on your own. I'm not on my own. Children are a gift from the Lord. They are a reward from him. You were blessed with a divine gift. And you cast him out into the world. Who the hell are you? You might have been his mother once, but when you abandoned him, you also gave up your rights. Isn't your God all about forgiveness? You have no idea what the Bible says. How can you pretend to care about these two children? You left them and your husband to seek out your base desires. Daniel, honey, she's trying to trick you. Please, think by yourself. You're smarter than this. Daniel, she's responsible for what happened to your father. You don't know anything. It was an accident. That's what this world is about. Accidents. Injustice. Pain. I'm just so sorry, Daniel. I know. I know how much I hurt you and your brother by leaving. I know that's not enough, but... I hope we can talk about this together. That's what I've been trying to tell your brother. And I'm so glad he listened. You gotta trust us. She's using you for her selfish desires. Daniel, this time the choice is yours. Are you going to believe her or me? I... 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 That's right. You can't tempt Daniel from this garden. He'll stay with us. His true family. And we'll never leave him. Die ist so voller Scheiße. Come on, Daniel. No! Holy shit. Okay. What now? Don't you understand? This is over, Sean. You have to talk to him. You can convince him, Sean. I won't leave you, Daniel. Not here. Don't be so stubborn, Sean. Your brother chose his path. Your friend, Sarah Lee... She's very sick. And Lizbeth won't take her to a doctor. What? She wouldn't do that. This is pointless. Daniel knows, who to trust. Ich will aber sagen, dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal bei Life is Strange 2 in Episode 4, beim großen Finale. Und ciao. politique Der El